Im industriell hochentwickelten Nordosten Italiens prägt wirtschaftliches Fortschrittsdenken das Image des im Jahr 1979 in Pordenone gegründeten Unternehmens Europo. Das auf die Herstellung von Heiz- und Klimageräten spezialisierte Unternehmen verleiht seinen Mitarbeitern seit jeher ein angenehmes und motivierendes Arbeitsambiente. Eindrucksvoll bestätigt wird dieses Konzept durch den neuen Anbau mit operativen, interfunktionalen und noch komfortabler gestalteten Räumlichkeiten. Eine jahrzehntelange Erfahrung, gefördert durch den konstruktiven Austausch zwischen den Generationen, hat dazu geführt, dass neue Mitarbeiter eingestellt und neue Projekte in Angriff genommen werden konnten, die aus Europo ein dynamisches und kreatives Unternehmen machen. In einem solchen Arbeitsklima entwirft und entwickelt Europo eine reichhaltige Palette an technologisch fortschrittlichen Lösungen. Vom Ventilkonvektor für kleine Wohneinheiten bis hin zu Warmluftheißsystemen für großzügig dimensionierte, zentral gesteuerte Anlagen mit Kanalisierung. Universell anerkannte Produkte, die sich auszeichnen durch Energieeffizienz, zertifizierte Leistungen, Resistenz der verwendeten Materialien, sichere Auslegung der Komponenten, werkseitig vorgefertigte Elektro- und Hydraulikanschlüsse für eine einfache Installation. Maßgeschneiderte Produktlösungen, für deren Entwicklung auch das Fachwesen der Universitäten von Padua und Udine herangezogen wurde und die genau auf die speziellen Anlagenbedürfnisse abgestimmt sind, um auf präzise Weise die unterschiedlichsten technischen und ästhetischen Vorgaben zu erfüllen. Alle bereits ausgestatteten und verkabelten Produkte werden vor Verlassen des Werks einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Doch auch dank der stark ausgeprägten Innovationsfreudigkeit des Unternehmens Eurapo konnten weitere kraftvolle Akzente gesetzt werden. Beginnend beim eleganten Design made in Italy der Ventilkonvektoren bis hin zu dem leistungsstarken System Omnibus, dem neuen digitalen Überwachungs- und Steuersystem, das sich bestens in die Endeinheiten integriert. Außer einem qualitativ hochwertigen Produkt bietet Eurapo seinen Kunden auch eine schnelle und pünktliche Lieferabwicklung. Für einen sorgfältigen Vorverkaufsservice, einen vollständig überwachten Produktionsprozess und ein gezieltes Programm zur Problemlösung. Für einen wertvollen Support von Technikern und Systemplanern mit entsprechend entwickelter Software, die eine richtige Wahl des Abnehmers je nach den unterschiedlichen Anlagen und Leistungsanforderungen sicherstellt. Für einen optimalen Support des After-Sales-Service. Dieser globale Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, das Vertrauen eines anspruchsvollen und prestigereichen Weltmarktes zu gewinnen, mit besonders guten Absatzmöglichkeiten in Italien, den Ländern Mittel- und Nordeuropas, sowie in vielen aufstrebenden Ländern und mit neuen grenzenlosen Entwicklungsperspektiven. Eurapo – Integrated Comfort Systems Eur ударung Eurot department Eurot Eurot Selbst Eurot Eurot